Ich werde im Lieferwagen auf dein Zeichen warten. Frank, bist du korrekt verkabelt? Ja, klar. Also, wenn ihr mich sagen hört, ich liebe es, kommt hier rein, klar? Ist klar. Fertig, Frank. Was war's aus auf der anderen Seite, Frank? Nordberg, schneid das Kahl durch. Okay. Hilfe! Kommen, Nordberg. Frank, du wartest besser. Wir haben ein kleines Problem. Sieh da, unser Lieutenant Draven. Sie hätten schon gestern Abend getötet werden sollen. Aber jetzt, denke ich, wird es mir ein Vergnügen sein, das selbst zu erledigen. Es wird langsam sein und schmerzhaft. Was stinkt hier so fürchterlich? Oh, das bin, glaube ich, ich. Ich bin in ungeklärtem Abwasser geschwommen. Ich liebe es. Ich liebe es! Das ist das Zeichen. Los, Jungs! Sie muss verklemmen sein. Hilf mir, Alten. Hilf mir, Alten. Durchsucht ihn. Ich liebe es! Er ist verkabelt.